Und ich wusste, dass das eine Lüge war mit deinem Freund. Nein, ich will mich mit dir unterhalten. Nein, ich will dich nicht alleine lassen. Ist mir egal. Ist ja gut, okay. Schrei mich nicht gleich an, ich bin sensibel. Meine Güte. So, ich gehe mal davon aus, dass das hier der Schlüssel ist. Ah. 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 So, was wir aber auf jeden Fall erst einmal jetzt machen werden, ist, wir speichern einmal eben das Spiel schnell ab. Denn, keine Sorge, es ist noch nicht vorbei. So, einmal den Stift bitte und einmal schreiben. Do you want to save the game? Ja. Ach du Scheiße. Okay. So, können wir das jetzt irgendwie wieder... Oh Gott, diese Augen machen mir definitiv Angst. Oder was auch immer das ist. Boah. Ich will es ganz ehrlich gesagt nicht wissen. So, ab jetzt ist es blind. Ah. Ach, Mensch. Okay. Geschlossen von der anderen Seite. Wir gucken auf jeden Fall irgendwie mal alles an. Painting, auch Spotschüsse. Ah, gut. Das kann man irgendwie ziemlich schlecht erkennen. Es kann doch nicht sein, dass man hier irgendein, dass man absolut nicht die Möglichkeit hat, irgendwie mal die Brightness hier einzustellen. Meine Güte. Nee, Maussens... Sensibilität... Sensibilität... Oh Gott. Nein. Nein! Ah, dieses Spiel macht mich irre. Jetzt schon. Ah. Ach, komm, egal. Ist... So, continue. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe kein... Moment, haben wir noch einen Schlüssel? Irgendwo? Nö. Four Mounds Revolution. Ist das nicht ein Anime? Das kommt mir irgendwie total bekannt vor, das Bild. Keine Ahnung. Ach, das waren die zwei Augen, die wir gesehen haben. Ah, okay. Alles klar. Jetzt, äh... Ich bin... Definitiv erleichtert. Ja, ich kann kein Koreanisch. Ich gehe mal da... Aus. Oh Gott, müssen wir rennen. Müssen wir was... Müssen wir irgendwas machen? Ja, ich bin NOW. Es ist ein Zeitpunkt, aber was ist denn in der Schule? Mach dir darüber mal keine Gedanken Ich glaube, ich werde viel erfahren, aber... Hast du etwas interessiert? Was machst du und, äh, Seeyong hier? Oder, äh, sag mir etwas über Seeyong Oh Gott, diese Namen, dann finde ich ganz ehrlich gesagt japanische Namen definitiv einfacher als koreanische Äh, wir fragen sie mal, was, äh, Sie und, ähm, Soeyong hier machen Okay, sie hat sie, ähm, angerufen Oh Gott, Soeyong und Seeyong, ach du... Auweia Ähm... Moment, wer war jetzt, äh, die Person, der wir das White Day geschenkt... Oh, egal Oh Oh Soeyong ist öfters, äh, um Mitternacht hier in der Schule Warum, weil sie selber nicht, äh, sie mag den Orteid nicht wirklich Äh... Kann ich eigentlich gar nicht verstehen Ich meine, ja gut, in der Nacht jetzt unbedingt nicht Aber, äh, so am Tag sind doch Schulen eigentlich schön Okay, ein Fotokopierer, können wir damit... Boah, wir können mit ihm interagieren, Wahnsinn So, was haben wir denn hier? Streichhölzer Nehmen wir mit Hä? Okay, alles, ja, 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 ja Okay, ist ja gut Oh, nee, 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 nee Definitiv nicht, nicht Licht aus Wir lassen Licht an Sonst mach ich mir in die Hose. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich will Licht anmachen. Das ist doch nicht mal ein Lichtschalter. Wo ist ein Lichtschalter? Ich will ein Lichtschalter haben. Oh. Hä? Ach so. Oh Gott. Ich dachte jetzt schon irgendwie, dass der Raum sich hier irgendwie bewegt hat. Kompass. Ja komm. Nehmen wir mit. Man weiß ja nie, wann man mal einen brauchen kann. Oh, nicht wieder eine Notiz für mich zum Lesen. Äh. Geistergeschichten. Ich sollte es eigentlich gar nicht erst versuchen. Ich sollte allgemein keine englischen Spiele spielen. Oh, ein Sicherungskasten. Ich geh mal zur... Okay, der Strom ist in diesem Gebiet an. Okay, warum nicht? Oh Gott. Oh nein, 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 ich will... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was zum Teufel? Was war das? Ach du Scheiße. Oh Mann, 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 ich will hier nicht sein. Oh, it's locked from the other side. Ach du Scheiße. Das war doch eben ein Gesicht oder irgendwie... Oh Gott, nein, ich will hier nicht sein. Ich will hier weg. Ich will hier definitiv weg. Ich will hier raus. Boah, macht doch irgendjemand bitte die Tür auf, Alter. Ich hab so schwitzige Hände, das glaubt ihr gar nicht. Das ist absolut irre. Oh Gott. Gut, aber unsere körperliche Verfassung ist noch gut. Denk ich. Zumindest, äh... Dem jungen Mann geht's einigermaßen gut. Bei mir bin ich mir da im Moment absolut, äh, nicht so wirklich sicher. Oh Gott. Ich sollte definitiv keine Horrorspiele spielen. Das ist, äh, definitiv... Das falsche Genre für mich. Aber was machen die Mädels eigentlich hier in der Schule? Das, äh, verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Oh. Die sieht so ein bisschen aus... Okay, ein Bild von einem Mädchen. Die sieht so ein bisschen aus wie, ähm, aus, äh, Super Street Fighter. Ah, wie, wie hieß denn die? So, Noah. Okay. Und warum ist hier alles verschlossen? Oh Gott, nein. Ich will, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will nicht. Ah! Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ich will nicht mehr. So, erstmal angucken. Äh, das Wort Metall, ähm, ist auf dem Amulett, äh, eingraviert oder abgebildet. Äh, wir hatten doch irgendein Amulett gefunden. Ja gut, dafür müsste man die Kantschies... Warum haben wir keine Taschenlampe oder irgendwie so... So etwas in der Art, irgend, äh, irgendetwas, um so ein bisschen Licht zu machen. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Ihr wollt mich doch echt... Oh Gott, ist alles so dunkel. Ich will hier, ich will hier absolut nicht sein. Ich hab so eine Angst, Leute. Das könnt ihr... Das glaubt ihr gar nicht. Ich hab so eine schwitzige Hand. Boah, Alter, die ist so nass, ey. Boah, ich glaub, danach kann ich auf jeden Fall erst immer so ein bisschen meine, ähm... Ja, meine Maus und Tastatur, ähm... Sauber machen. Okay, alles klar. So. Ja, wir haben es mittlerweile halb elf. Oh, nee, ich hasse dieses Geräusch. Oh Gott, ich hab wieder... Ich hab wieder Gänsehaut. Ach, du Scheiße. Warum gibt es hier überall keine Lichtschalter? Ja, natürlich. Natürlich ist es verschlossen von der anderen Seite. Wir müssen durch die kompletten... Nee, ja, natürlich. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, natürlich ist es von der anderen Seite verschlossen. Komm, wir rennen einfach. Tschüss, wotivau! Okay. Ich kann aber auch irgendwie absolut nichts erkennen. Es ist so dunkel hier drin. Ich kann höchstens mal hier so ein bisschen, äh, an der Wand lang gehen und hoffen, dass ich irgendwo etwas, äh, erkenne. Ja, beziehungsweise, ähm, ob man irgendwo, ja, so, so, sozusagen, was aufmachen kann oder irgendwie sowas. Aber, nö, absolute Fehlanzeige. Ich glaub, wir sollten hier noch gar nicht sein. Okay, Licht, oh, Licht. Ich fühl mich definitiv gleich viel, viel sicherer. Nicht. So. So, wieder ein Stift. Den schnappen wir uns. So, und ich muss eben mal meine Hände irgendwie, äh, ja. Boah, ich hab so schwitzige Hände. Das ist absolut ohne Notiz. Äh, ach du Scheiße. Elf Geistergeschichten. Da muss ich doch gleich mal einen Schluck drauf nehmen. Ja, natürlich. Wieder so das, äh, Altklischee-mäßig, ja. Ein Mädchen ist verschwunden. Ich will Licht haben. Ist das ein Aufnahmestudio? Okay, aber wir können mit nichts interagieren. Und hier gibt's kein Licht, deswegen geh ich da auch nicht rein. Okay, ganz chillig. Wir machen hier einfach mal so ein bisschen... Ein auf gemütlich. Ne, ich hab in Animes gelernt, man soll in Schule niemals nach oben gehen. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, ja. Man kann nur nach oben. Sehr schön. Na gut. Dann gehen wir nach oben. Was? Hä? Moment, hab ich irgendetwas übersehen hier? Okay. Okay. Ich brauche, ich brauche, ich brauche irgendwas zu trinken. Ich brauche, ähm, wir haben ja ein bisschen Geld dabei. Äh, was nehmen wir denn? Wir nehmen natürlich, ähm, Fanta, die es nicht gibt. We turned a coin. Moment, haben wir den jetzt auch wiederbekommen? Oh, Tatsache. Cool. Funktioniert automatisch. Okay, also, wir merken uns, wir dürfen definitiv nicht, ähm, an diese Geister heran. Oder was auch immer das ist. Das ist natürlich schon mal gut zu wissen. Aber die scheinen auch nicht wiederzukommen. Okay, alles da. Ähm, ich will definitiv mal gucken, ob, äh, ob es möglich ist, nochmal, ähm, zurückzugehen. Beziehungsweise, ähm, an der Stelle, wo wir eben einmal gespeichert haben, beziehungsweise speichern konnten. Ich hoffe ganz einfach, äh, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, äh, einmal komplett zurückzugehen. Ich hoffe es so sehr. Oh, weia. Ja, können wir. Moment, hier war doch irgendwo ein, ähm, Wasserhahn, mit dem man interagieren konnte. Ah, ja, genau, hier. Okay, lässt sich nicht drehen. Perfekt. Äh, ne, 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 ganz schlechte Idee. Ich wollte eigentlich nicht damit interagieren. Ich wollte, ähm... Ich wollte das aufheben. Hä? Moment Wo ist die Leiter? Die schnappen wir uns einmal Ich möchte wissen, was das da ist So Ja Man kann damit nichts machen So Einmal eben speichern Ja, ich möchte das Spiel speichern Okay, gut Dann würde ich erst einmal sagen Soll es das erste Mal gewesen sein Ich bin momentan absolut fix und fertig mit den Nerven Ich habe einen Puls von 400 Und ich wette, wenn ich heute noch irgendwie durch meine Wohnung gehe Werde ich überall dieses Gesicht sehen Boah Das geht gar nicht Ich sollte nicht solche Spiele spielen Egal, auf jeden Fall Vielen, vielen Dank fürs Zusehen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal